Also die Nachfrage dank funktionalen Möbeln ist deutlich gestiegen, weil sich einfach die Arbeitsabläufe im Büro deutlich verändern und auch deutlich flexibler zu gestalten sind und dementsprechend müssen die Möbel auch mehr Funktionen haben. Beispielsweise den Tisch einfach als Besprechungstisch verwenden kann, als Whiteboard verwenden kann oder dann auch mobil in die Ecke schieben kann, um die Fläche dann wieder frei zu haben. Also wichtig für die Kunden sind besonders Merkmale in den Produkten hinsichtlich Technikintegration, Nachhaltigkeit und multifunktionale Funktionalität. Die Nachhaltigkeit drückt immer mehr in den Fokus und es gibt aktuell auch kein einziges Produkt, was wir entwickeln, was nicht mehr in diesem Nachhaltigkeitsfokus hat. Unser Unternehmen schaut ja immer in die Zukunft. Wir haben ja eine eigene Entwicklungsabteilung, die halt schaut, was sind die Trends, wo geht die Arbeitswelt hin in Unternehmen und dementsprechend versuchen wir unsere Entwicklungen in den Produkten auf die Trends im Büro auszulegen.